Und die Stadt luchtet blau Irgendwann komm ich hier raus 30 Minuten noch! Ihr TikTok-Groupies seid doch sicher schon alle ganz wild auf den Energy Song Contest. Drei Bands mit den meisten Klicks kommen ins Finale. Wir werden von der Cola-Light-Werbung angegriffen. Haben wir uns schon mal gesehen? Aber sie ist zu meiner Putzfrei einfach nur verdammt Emil. Ah, hier ist für die Putztruppe tabu. Was soll das da unten eigentlich sein, hm? Hangover Teil 8? Tim, wenn ich mir die Hose scheißen sollte, schmeck einfach weg. Nach dem Abi machen wir einfach nur noch die Band. Ah, Robi landet wahrscheinlich in der Knast. Was ist das? Mic check! Alter, das lässt du sofort! Was willst du dafür haben, dass ich es behalten darf? Hey, das war... Richtig geil! Das war meine Stimme! Willst du flirten oder willst du mit dem Sound machen? Ich check dich nicht, okay? Wir machen uns Arschkackau! Jetzt hat mir mein Arzt verschrieben, super für die Muskeln. Na ja, und spiel da gar nichts. Okay, wach noch. Ich glaub, du lächelst gerade. Oh, Gott. Das ist schlimmer als meine Scheidung. Was hast du getan, Al? Hast du dir viel Geld als menschlichen Tisch benutzen lassen? Du hast dem Team in die Rücke geschrieben. Ich kann einfach nicht glauben, dass du mich angelogen hast. Lass uns das auch zusammen machen. Für die Welt finden. Ihr seid jetzt stoned. Was ist denn, wenn ich euch beweise, dass wir es schaffen können? Als Band. Ey, du weißt schon, dass wir im Rudel alles teilen, ne? Ja, womit hat euch der YouTube-Algorithmus diesmal angefixt? Äh, wir gucken Pornos. Aha, weitermachen.